Das ist der Hammer, wie lange das dauert. Der Hammer, das stimmt nicht. Ach, der ist vor Ihnen gelaufen. War es ein weißer Kasten? Ich weiß es nicht. Irgendwann, der der meint, er hat nie was mit ihm zu tun gehabt, dass man einen Vergnung vergleicht, der hat was. Der Punkt ist aus von Zürich. Ne, heute bestimmt nicht. Den Verlauf, der muss bestimmt auch nicht. Ja, alles klar. Sie haben wohl gleichzeitig, in dem Moment, wo ich das gesehen habe, und er hat es geschickt, ich habe es gleich gesehen. Zumindest weiter. Ja. Da haben Sie gemerkt, dass er noch atmet? Ja. Okay. Dann habe ich gemerkt. Ja. Ja.